ja hallo liebe fernsehfunk kicker herzlich willkommen hier beim fernsehfunk berlin ich gehe hier am schlossplatz hier ist auch ein teil des festival of lights in diesem jahr allerdings mit viel regen ein bisschen ins wasser ein aber die leute kommen es ist unglaublich voll überall sieht man regenschirme die leute lassen sich erst nicht nehmen dieses spektakel sich anzuschauen ja ich bin auch hier und versuche hier einige bilder festzuhalten und werde diese hier zu einem netten kleinen film zusammenschneiden also guckt mal rein habt spaß ja 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.